Ladies and Gentlemen, wir haben nun Ginyu gezeigt, was Nark ist und wir sind nun bei Mission 15 und zwar die Freeza transformiert. Okay. Und da spielen wir nicht als Son Goku, da... Lass mich überlegen, spielen wir mit Vegeta als Vegeta. Zack. Gib mich Vegeta. Da haben wir den schönen Ding hier. Anpassung! Anpassung, Setup... Was sind eigentlich die anderen Setups? Nutze automatisch die stärksten Karten, auch wenn sie von anderen eingesetzt werden. Verwende automatisch die stärksten Karten, die nicht eingesetzt werden. Alle Charakterslots leeren. Achso, Slots leeren. Nein, nimm einfach die. Zack, gewinn. Alles am besten. Wunderschön. Nein, nicht verwerfen, bestätigen. Vielen Dank. Bestätigen, vielen Dank. Und, ja, dann kann es doch gleich losgehen. Der Todesstand von Final Form, Freeza, das hatten wir ja schon eins mal gelesen gehabt. Wenn du das Gefühl hast, dein Gegner hat die Oberhand, geh in die Defensive. Drücke, stehe kurz nach unten, damit dein Partner Abstand zum Gegner halten. Kämpfer des Angreifstücks, dann haben wir in der Freeza... Ja, okay. Freeza transformiert! So, das erledige ich schnell. Je, Mann, Synchronisierung! Weitere Gegner, ja, die sind herzlich willkommen. Die soll nicht abhauen. Spammen wir einfach mit der L2 ein bisschen rum. Lord Freeza! Da kommt etwas auf uns zu! Diese Kraft, das kann nicht sein! Jetzt schon Warnung so schnell? Okay, warum nicht? Da ist er! Diesmal habt ihr es wirklich geschafft, meine Träume von Unsterblichkeit komplett zu zerschlagen. Ihr seid die Ersten, die jemals solch einen Narren aus mir gemacht haben. Wie könnt ihr es warten? Damit lasse ich euch nicht davon kommen, ihr Würmer! Ich werde euch langsam zu Tode quetschen! Dann versuch es! Ruhe! Jetzt setzen wir hier schon mal die Kette ein. Und die L2-Taste spammen! Was ist los, Fiesa? Komm schon, wehre dich doch mal! Okay, das meint sich nicht wörtlich. Äh... Autsch! Gebrühe! Du bist ein arroganter Narr! Oh, oh, oh! Ah! Die Kugel vom Vorhin hat mich auch noch gejagt! Zumindest sah das ganz daneben aus! Gucken wir mal! Na, die kommt langsam aber sicher... Ne, haha! Der hat noch einen abgefeuert! Zu Sicherheit ein bisschen... Fernbleiben! Gareko! Geschafft! Okay, so einfach kann es gehen. Nun, wenn du unbedingt sterben willst, werde ich dir nicht im Weg stehen! Mission fortgesetzt! Alles klar, alles klar, alles klar! Das haben wir zum ersten Mal in dieser Laufbahn von dem Spiel. Jetzt bin ich gespannt! Oh, die Karte Meister-Schen-Lektion macht dich stärker, wenn du in der Luft kämpfst! Im offenen Gebiet ist es gut, den Überblick zu behalten! Ja, ja! Gut gemacht! Und jetzt zu etwas Speziellem! Schon aufgeregt? Schaut genau zu! Sowas seht ihr nicht jeden Tag! Oh, oh! He's gonna be mad! Grrrr! Grrrr! Ja, ja! Das ist seine... Erste Verwandlung! Und jetzt Vorsicht! Ich bin lange nicht mehr so nett wie zuvor! Mission start! Ja, Mann, es ist noch lange nichts Ende! Also, wen soll ich zuerst unter die Erde befördern? Tja! Nicht mich, bitte! Boah, der lässt sich ja gar nicht abschrecken! Ich will Jagdtechnik auf ihn einsetzen! Na, geht doch endlich! Alter, du bist viel stärker, als ich erwartet habe! Du, aber auch! Das sollte zum Aufwärmen reichen! Ja, natürlich! Kräfte kombinieren! Lass Griniel in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ja, dann treffe ich nicht! Aber die Technik trifft dafür! Hier wird kein schneller Tod vergönnt sein! Hä? Ich weiß nicht, ich eigentlich nicht in Stücke! Versuch es! Na, mal die Jagdtechnik! Oh, oh! Okay, er lebt wieder! Gar nicht hoch! Ach, Kid Gohan! Toll, Kredin! Jetzt hast du ihn gesaved, oder was? Aber wenn ich Hilfe brauche, save mich keiner! Das ist doch classic! Ich komme, Kredin! Ja! Kid Gohan! Bots! Unter Bots heilen sich ohne Probleme! Aber wenn ich Hilfe brauche, sind sie gnadenlos, ey! Ich will jetzt diese These nicht bestätigen, deswegen! Dann treffe ich schon wieder nicht! Bäm! Wie könnt ihr es wagen? Nun gut! Ich werde euch Verzweiflung fühlen lassen! Ihr solltet euch geehrt fühlen, denn ihr seid die Ersten, die jeweils diese Form irgendwas gesehen haben! Raum auf! Oh! Tut mir leid, dass ihr wartet müsstet! Ich merke gerade, dass ich einen Goku dabei habe und nicht! Piccolo! Verdammt! Das habe ich vergessen zu wechseln! Naja, egal! Na los! Kommt noch eine Kette? Ich will auch! Ich will auch! Ja! Fürs das! Bulle! Tschöne! Und gleich nochmal die Akte-Schnik! Macht jemand mit? Darf sie kombinieren? Was will keiner mehr? Guck in Ruhe! Ich will diesen lächerlichen Kampf endlich hinter mich bringen! Gar nicht! Da! Da wurde schon wieder von meinen Bots gehalten! Ich meine, was nicht schlimm ist, aber ich ärgere mich, weil ich mich erinnern kann, dass mich keiner errettet! Was ist denn? Autsch! Schummel! Das wird aber reingeschissen, ey! Holy moly! Aber, wie geht das eigentlich mit Absicht nicht? Ja, jetzt ist mein Kio noch zu Ende! Oh oh! Hey, schon wieder Jagd! Ich will auch! Komm schon! Ich weiß, ich darf! Warum darf ich nicht? Oh! Ich komme, Goku! Wer hat ihn jetzt von uns geheilt? Ach! Was jetzt? Nein, ich habe schon wieder kein Kio! Leute, mag jemand mir Kio geben? Das wäre echt nett! Sieht aus, als wolltest du sterben, du Schwächling! Sicher? Ich habe was anderes gehört! Ich hoffe, ich darf auch mal! Ja, ich darf! Wunderbar! Na, willst du noch eine Runde fliegen, Freezer? Kein Problem! Das ist einfach ein Kio für dich! Und wie das wahr sein kann. Oh, go, Frieza! La, da, 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 da! Ah! Ich weiß nicht, dass ich so viel kiege. Das freut mich. Wo ist er? Und das sollte nun reichen. Ja! Ich glaube es nicht. Mission erfüllt. Schade, ich kann das nicht zerstören. Naja, egal. Ganky an Frage. 10 Sekunden noch. Kein Thema. Ich hab gechillt. Und da haben wir die 100. 100 Ganky geschickt. Wunderbar. Und doppelt es. Halleluja! Ja, das hat bestimmt viele Punkte gegeben in dieser Runde. Besonders beeindruckend Trophäe bekommen. Interessant. Frieza, erste Form freigespielt. Okay. Das war's mit dieser Episode. Wenn sie euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Unten links seht ihr die letzte Episode, die wir gespielt haben. Draufklicken, dann könnt ihr da sie euch nochmal angucken. Und unten rechts, da kommt ihr zu der nächsten Episode. Voraussichtlich, wenn sie schon bereits hochgeladen ist. Also, draufklicken und wieder schauen. Bis dann. Ciao! Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.